Motivation Gegeben sei die folgende Landschaft In dieser Landschaft soll der Hamster zwei Körner einsammeln Ein korrektes Programm ist das folgende Vor vor, dann steht der Hamster hier Ja und jetzt muss er hier runter gehen zu diesem Korn Er kann sich aber nur links umdrehen, müsste sich aber nach rechts umdrehen können Und rechts um ist aber dasselbe wie dreimal links um Also dreht sich der Hamster dreimal links um Geht dann wieder vor vor Und wiederum muss er sich nach rechts drehen Das macht er indem er sich dreimal links dreht Vor vor, nimm Dem Hamster fehlt also in irgendeiner Form ein Befehl rechts um Aber er weiß, wenn ich mich dreimal links umdrehe Ist es dasselbe als wenn ich mich rechts umdrehe Und Prozeduren dienen genau dazu Neue Befehle zu definieren Und zwar mit Hilfe von alten Und diese Befehle letztendlich genau so aufrufen zu können Wie alte Befehle auch Bis zum nächsten Mal Diagnose